Grund 2 der ATAG-Lösungen für Datenmanagement und Zusammenarbeit – schnelles Auffinden von Daten Mit Autodesk Vault ist es möglich, nicht nur über den Dateinamen Dokumente zu finden. Man kann über die Eigenschaften Dokumente suchen, um diese zu finden. In unserem Beispiel werden wir Dokumente suchen, welche die Benennung Platte besitzen und das Material gleich 1.0037 haben. Eine Suche kann abgespeichert werden. So ist es zum Beispiel möglich, wie in diesem Beispiel gezeigt, alle ausgecheckten Dokumente per Knopfdruck zu finden, um diese später wieder einchecken zu können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017